Hallo ihr Lieben und Willkommen zurück bei The Love Boat und wir gehen in Level 7. Jawohl, Müllentsorgung. Rücksichtslose Leute haben einfach all ihre Sachen im Pool zurück gelassen. Fische sie heraus. Was für Schweine sind denn hier unterwegs? So, nein, kaufen noch nicht? Okay, es wird langsam Zeit abzulegen. Haben alle eingecheckt und sind alle bereit? Es fehlt noch eine Passagierin. Oh, da kommt sie. Entschuldigen Sie, mein Name ist Jenny O'Brien. Können Sie mir bitte meine Kabinennummer verraten? Ah, O'Brien, Sie sind in A114. Jenny, Jenny, wie kannst du mir das antun? Willkommen an Bord, Miss O'Brien. Oder O'Brien? Man weiß es nicht. Wir einigen uns auf O'Brien. Wer ist er denn? Jenny, komm wieder zurück. Jenny, verlass mich bloß nicht. Jenny. Oh je, aber du gehörst nicht an Bord, oder? Hier, wir legen gleich ab. Fische den Müll aus dem Pool. Okay, oh Gott. Was haben wir denn da? Kokosnusssaft oder wie? Okay, na gut. Fische den Kram aus dem Pool. Da liegt aber noch gar nichts drin. Da muss ich doch anscheinend ein Loch in die Kokosnuss schlagen. Kann das sein? So, warte. Wir haben ein Dreiertablett. Okay. So, dahin, dahin. Hier aufräumen. Was soll ich denn hier für Sachen aus dem Pool fischen? Hier ist doch noch... Ach, hier. Der hat die Kokosnuss da reingeschmissen. Es ist ja nicht zu fassen. Der hat doch gar keine Kokosnuss bekommen von mir. Es ist ja eine Frechheit. Das geht ja... Oh, warte. Jetzt geht's los hier. Ja, das, das. Und dann hier ein Strohhalm. Äh, okay, warte. Darunter. Dann hole ich das. Warte, jetzt hole ich gleich nochmal. Das, das, das. Dahin. Dahin. Ja, ja. So. Oh, und die Maus ist auch im Pool. Und dann wird da gleich der Dreck weggemacht. Das finde ich aber unverschämt hier. So einem Luxusdampfer kann man doch nicht so einen Dreck veranstalten. So, er will doch schon mal eine Münze da oben. Okay. Warte, das Getränk noch. Hier für euch. Hier brauchen wir eine Kokosnuss und die Brille. Okay. Und noch eine Brille für ihn. Schmeißen die hier echt ihren Dreck in den Pool. Uh, Dreier-Kombo. So. Das ist super. So, aufräumen. Kassieren. Oh, hier. Die Brille. Oh, die kann man aber leicht übersehen. Okay. Sehr schön. Den Müll haben wir rausgefischt. Ich hoffe, es macht jetzt auch keiner mehr hier Müll. Äh, so warte. Ihr wollt das, das, das und einen Strohhalm da rein. Natürlich. Sonst müsstet ihr das auch aus der Kokosnuss rausnuckeln. Wäre vielleicht nicht so gut. Könnte etwas länger dauern. So, GoFa da mal aufräumen, bitte. Und dann wird hier kassiert. Okay. So. Nochmal aufräumen, bitte. Wir brauchen das einmal nach da oben. Bei ihm können wir schon mal kassieren. Und ihr wollt die Brille und hier oben das Getränk. Okay. Alles klar. Ich komme. So, er will bezahlen. Er hat doch hoffentlich einen Moment Geduld. Dann würde ich nämlich noch eine Kombo machen wollen. Äh, oh bei. Er kommt jetzt auch. Dann kriege ich ja wieder eine Dreier-Kombo. Jawohl. Super. Dann packen wir die Münze schon mal ein. Die ist für dich. Bitte schön. Ihr wollt bestimmt eine... Na klar. Ihr wollt eine Kokosnuss. Habe ich mir gedacht. Könnt ihr euch eigentlich selber nehmen hier drüben, ne? Die liegt ja eigentlich ganz günstig für euch. Naja. Ist ja okay. Ihr seid im Urlaub. Da müsst ihr nicht arbeiten. Das ist schon in Ordnung. So. Einmal aufräumen. Und was möchte der junge Mann hier mit den Tattoos? Er möchte eine Kokosnuss. Alles klar. Und der Laden ist zu. Das Pooldeck. Alle Mann in die Kabinen. Ich frage mich, wann wir ablegen. Kann ja jetzt nicht mehr lange dauern. Hallo. Ich bin Lorraine Hoffman. Ich hatte schon befürchtet, dass sie nicht mehr auftauchen würden. Oh, äh, hallo. Äh, damit wäre ich dann Jenny. Dann hoffen wir einmal, dass dem auch so ist. Anscheinend teilen wir uns die Kabine. Stimmt was nicht? Nein, nein. Nun, ich weiß nicht. Mir ist ein Mann nachgelaufen. Da werde ich ja ganz neidisch. Hat er vielleicht einen Freund? Oh Gott. Also, die ist echt auf Männerfang hier. Okay. Und die arme Jenny versteckt sich vor ihrem Freund. Na dann. Das kann ja heiter werden. Äh, so. Der nächste Bonus. Genau. Stimmungsschwankungen. Es wird nur der beste Service akzeptiert. Aha. Okay. Und das bedeutet was? Man weiß es nicht. Ich glaube, ich hätte das hier gerne, oder? Oder? Oder, oder. Was war das nochmal? Dann bin ich jetzt halt am Pool. Ich spare, glaube ich, mal hierfür. Brauchen wir denn da noch 50 Punkte? Okay. Nur begeisterte Kunden bringen Punkte. Oh weia. Dann wollen wir doch mal gucken, ob wir die hier alle begeistern können. So, warte. So, warte. Eine, äh, Kokosnuss. Das dahin. Das dahin. Und bei ihm schon mal gleich kassieren. Okay. Äh, so, warte. Eine Brille. Das, das, das. Für euch. Und eine Brille für sie. Okay. Okay. Mal aufräumen da oben. So, warte. Zwei Brillen. Du kriegst schon mal eine. Dann hole ich das für euch. Dann gehe ich hier kassieren. Okay. Bringt aber Punkte, ne? Bis jetzt scheint jeder, äh, total begeistert hier zu sein. Und wehe, äh, nicht. So, warte. Das hole ich jetzt erst. Dann kassiere ich hier. Packe da noch die Münze ein. Hole das hier. So, bitte, bitte. Bleibt begeistert da oben. Ich gebe mir viel Mühe hier. Es wäre nicht so schön, wenn ihr nicht begeistert seid. So, das ist für dich. Und Kombo hier unten. So, eine Brille, eine Kokosnuss. Alles klar. Da einmal aufräumen, bitte. Und hier eine Kombo für mich. Sehr schön. Ach, ich hoffe, das schaffen wir. Das, äh, sollte doch funktionieren. Einmal da aufräumen. So, eins, zwei. Und hier oben das Getränk. Euch. Und was möchte die Lady unten? Die möchte nur eine Brille. Okay. Da oben bringe ich die Münze noch nicht hin. Okay, ich kassiere erst. Jetzt bringe ich die Münze da hoch. Okay. So, eine Brille für dich. So, dann noch eine Brille und eine Kokosnuss hier oben hin. Nein, jetzt habe ich irgendwie hier die Brille nicht. Aber jetzt habe ich die Brille. Okay. Ja, ja, ja. Alles wird gut. Oh Gott. Also manchmal habe ich das Gefühl, ich habe es schon angeklickt. Habe es dann aber doch nicht angeklickt. So, das, 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 das. Kokosnuss nehme ich mit für euch. Die ist für dich. Dann wird kassiert. Bitte bleiben Sie begeistert. Das wäre sehr schön. Okay. So, eine Brille hier. So schön. Ach, auf sie hätte ich doch noch warten können. Naja. Okay. So, einmal das, das, das. Und eine Brille nach da. Aber ihr kassiere ich jetzt direkt. Nicht, dass sie da noch ein Herz verliert. So, Münze packe ich ein. Brille packe ich ein. Okay. Da hoch mit dir. Ich habe ihn aber angeklickt, Isaac. Du kannst mir nicht erzählen, ich hätte nicht richtig geklickt. Nein, nein. Oder vielleicht merkt Isaac sich auch das nicht so gut, was ich ihm schon alle sage. Das könnte natürlich möglich sein. So, er möchte eine Brille. Noch eine Brille. Und eine Kokosnuss. Kokosnuss. Okay. So, Brille für ihn. Und dann wird hier kassiert. Aufräumen da drüben. So, warte. Zwei Brillen. Das, das, das. Für euch. Ich kassiere sie dann schnell mal. So, dann hole ich das, das, das. Bringe ihm das. Bringe ihm das, hoffe ich. Isaac, bitte merkt ihr das alles, was ich hier mache. Das wäre schön. Also, wir brauchen, warte mal, eine Brille. Eine Kokosnuss erstmal nach hier oben. Noch eine Brille nach hier unten. Super. Supi. Haben wir doch wunderbar hingekriegt. Na, hier passieren. Oh Gott, oh Gott. Jawohl. Das war gar nicht so schwer. Wie es sich erst anhörte. Ich muss jetzt gerade mal gucken. Wartet mal. Ich kann es mir irgendwie nicht merken. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Ah, okay. Level 8, ihr Lieben. Blinder Passagier. Ja. Ein Blinder Passagier versucht an Bord zu kommen. Das ist doch bestimmt der Kerl von der Jenny. So, und ich kaufe jetzt das hier auf jeden Fall. Und dann sind wir schon wieder bleitert. Ja, habe ich mir doch gedacht. Sir, entschuldigen Sie bitte. Sind Sie Passagier auf diesem Schiff? Nein, aber ich suche nach jemanden. Jenny O'Brien. Nun, das tut mir leid, aber wir legen in wenigen Augenblicken ab. Aber ich muss Sie sehen. Nur für eine Minute. Kumpel, ich würde Ihnen ja gerne helfen, aber die Regeln sind nun einmal die Regeln. Aber, äh, äh, Captain, ein Mann in Ihrer Position kann mir da doch bestimmt ein wenig entgegenkommen. Käpt'n. Okay, ich schätze, dass sich da was machen lässt. Ihre Kabinennummer ist... Wie läuft es denn, Käpt'n? Alles in bester Ordnung, Sir. Oh, äh, Sir, also, das war nämlich so, ähm, dieser Mann. Nur für eine Minute, Sir, und ich. Das ist gute PR. Würden Sie dem nicht zustimmen, Sir? Nein, das würde ich nicht. Und ich bin hier der Käpt'n. Ach, ich wusste doch, dass das einer von uns beiden ist. Ich verwechsel das immer. Äh, ich gehe wieder auf meinen Posten. Also, wie sieht es jetzt mit der Kabinennummer aus? Wenn Sie kein Passagier sind, dann will ich, dass Sie sofort mein Schiff verlassen. Aber, sofort. Hier sind zu viele Männer. Zu viele männliche Stimmen, ihr Lieben. Was? Fangen Sie den blinden Passagier? Nö, warum? Oh Gott, seht ihr mal. Und wir haben Bälle. Neues Produkt. Muss ich die aufblasen, oder was muss ich hier machen? Ach, nee, die muss ich nur auffüllen, oder wie? Okay. Die muss ich nur auffüllen. Na gut, na gut, na gut. Den blinden Passagier. Ach, du Scheiße. Und die Maus. Da ist der blinde Passagier. Äh, warte. Oh Gott. Jetzt das hier und, äh, die Kokosnuss. Dahin, dahin. Münze, da hoch. Ach, du Scheiße. Nee. Der gibt noch nicht mal ein Geräusch von sich, der Kerl. Ach, du Scheiße. Äh, das könnte ein Problem werden, ihr Lieben. So, da einmal aufräumen, bitte. Warte, Kokosnuss und ein Ball. Ja, ja, ein Ball. Ist schon klar. So, warte. Noch ein Ball für ihn. Ist der Typ jetzt nochmal aufgetaucht eben? Ah, hier. Okay. Mit Taucherbrille. Okay. So, das ist erstmal für euch. Dann bringe ich das da hoch. Oh, war ja, ey. Oh, und die Maus. Die Maus haben wir. Und ihn haben wir auch schon wieder. Und da wird aufgeräumt. Okay, okay. So, ein Ball für dich. Aufräumen da oben. Oh, da ist er. Sehr schön. So, hier bitte. Kassieren. Und ihr wollt was? Ihr wollt die Brille und die Kokosnuss. Alles klärchen. So, da hole ich das. Da ist er. Der taucht ja da unten im Pool auf. Der Seppel, ey. Das ist ja nicht zu fassen. Ja. Okay, man hört ihn. Also, es macht so ein Ploppgeräusch auf jeden Fall. Ist ja schon mal gar nicht so schlecht. So, eine Brille hier für dich. Ja, da bist du. Hab dich gesehen. Ey, warte. Eins, zwei. So, eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Für euch. So, einmal da. Ja, und er ist relativ groß. Ich hab eine Nuss nicht. Warum denn nicht? Er ist relativ groß. Das heißt, man sieht ihn auch ganz gut. Jawohl. Einmal noch, ne? Ja, ich glaube. Oh, hier. Münze, Isaac. Ne, nur eine Münze. Aber ist egal. Also, das, das, das. Noch da. Die Münze schmeiß ich mal raus. So, warte. Das, das, das für ihn. Ich brauch den Typ noch einmal. Wo ist der? Ich hab ihn doch nicht etwa verpasst. Da ist er. Okay. Hat nicht plopp gemacht. Aber ich hab ihn angeklickt. Warum hat das jetzt nicht gezählt? Äh, ich glaub, jetzt hab ich mich hier grad total verklickt, oder? Ist egal. So. Ja, da. Oh, jetzt. Jetzt hab ich ihn aber. Wunderbar. Alles klar. Dann haben wir das fertig. Ich mach drei Kreuze. So, jetzt packen wir eine Münze ein. Dann wird hier mal aufgefüllt. Ganz fix. So, die Münze da hoch. Die wird kassiert. Dann brauchen wir eine Kokosnuss und einmal die Brille. Da, 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 da. Äh, ja. Du kannst schon gehen, wenn du magst. Boah, die haben alle hier so dicke Stampfer, die Frauen. Das ist ja nicht zu fassen. Was ist denn da los? So, hat er noch eine Kokosnuss für die Lady hier unten mit den dicken Stampfern? Der zweite Stern ist da. Ich hoffe doch, ich bekomme den dritten auch noch. So, hier wird er mal aufgeräumt. Und hier brauchen wir einen Ball. Einer Kokosnuss. Und auf ihn warten wir jetzt hier unten noch. Er möchte nämlich nur einen Ball. Das ist wunderbar. Ähm, Sonnenbrille? Die wolltet ihr doch eben nicht, die Sonnenbrille, oder doch? Hä? So hab ich jetzt schon wieder einen Ball hier drauf. Ach, weil ich... Ah, kann das sein, dass ich den Ball angeklickt habe und die Sonnenbrille nicht getroffen habe? Das wäre natürlich möglich. Naja. Aber wir haben es geschafft. Das ist die Hauptsache. Letzter Aufruf. Alle Passagiere bitte an Bord. Gerade noch rechtzeitig. Wir legen jetzt jeden Augenblick ab. Gehen wir hinauf aufs Deck, um zu winken. Ich hab dir doch gesagt, dass ich genug Zeit für ein Outfitwechsel habe. Ehrlich gesagt habe ich auch nicht gesagt, dass wir keine Zeit haben. Ich sag, dass es nicht nötig ist. Naja, Angela ist halt eine kleine Modepuppe. Die möchte gut aussehen beim Abschied. Oh, da sind sie ja. Paige, Liebling. Angela gleich wieder hier. Mama geht jetzt auf eine kleine Reise. Verabschiede dich auch von Tante Angie, Schatz. Vielleicht sollte ich mir Angela doch mal ein wenig zum Vorbild nehmen. Nee, warum? Du hast doch einen Kerl. Nee, nee, Emily. Das brauchst du nicht. Du bist schon in Ordnung, so wie du bist. Angela zieht hier mit den Männern ab. Da bin ich ja mal gespannt, ob Angela vielleicht hier noch einen Kerl kennenlernt. Den Kerl fürs Leben, ihr Lieben. Aber das erfahren wir vielleicht in der nächsten Folge, wenn es euch gefallen hat. Daumen hoch und bis dahin, eure Train.